Jetzt habe ich gerade eben wirklich Steinberg gesessen, jetzt sehe ich euch Platz, Frau Ausdinn. So, einmal zu uns fahren, bitte. Kommst du mal her schauen? Nur noch ein Gerformat. Einmal hier. Einmal hier. Entschuldigung, Ihren Werten haben, bitte. Ich bin der Hofmann. Ihr Platz? Michael. Ich habe den Nachnamen nicht wichtig. Möller, immer noch Möller. Möller mit Öl. Möller mit Öl in Höfstbräu. Schaut ihr noch mal kurz, schaut ihr noch mal, plätzen die Richtung. Möller mit Öl in Höfstbräu. Möller mit Öl. Möller mit Öl in Ahh. Möller mit Öl. Möller mit Öl. Möller mit Öl. Möller mit Öl. Jungs, gut. Sagen Sie mir einen Namen, bitte. 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 Was kommt denn das aus? Vielen Dank. 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 Vielen Dank.